meine damen und herren, hallo und willkommen euch zu anderen part und seht wir springen direkt zu cookie picker weil ich was anzukündigen habe ich habe ja einen part gemacht ich weiß nicht wann der raus kommt wo ich was verlose nämlich dreimal 10 euro payset grad ähm und ja und ich wollte sagen dass ähm ich das auch wirklich durchziehe natürlich ich sage nicht ja ich mach das so und dann halt ein paar toh und dann vergesse ich das nein ich habe das Geld schon alles bereit gelegt und werde mich wahrscheinlich morgen also am Donnerstag am 24. aufmachen und werde das machen wahrscheinlich wahrscheinlich kommt die Aufflö also das wann ihr das ihr müsst unter dieses video schreiben genau unter dieses video müsst ihr schreiben wenn ihr bei der Verlosung mitmachen möchtet ähm zu welchem part das gehört der satz ich wiederhole ihn nicht nochmal ähm welches let's play welcher part und den äh satz nochmal in die quantare also der part wo der satz vorkam das let's play wo der satz vorkam und der satz nochmal der ich schon mal gesagt habe im letzten vorletzten keine ahnung wann part ähm und ja wenn ihr das alles gemacht habt dann habt ihr eigentlich zu 70% schon die 10 euro passive card fertig weil dann ja seid ihr eigentlich soweit dass ihr 70% echt safe habt wenn jetzt noch jemand das datum reinschreibt ne was natürlich kein muss ist dann naja dann muss ich mir was überlegen ähm aber ne nur diese drei sachen sind wichtig erstmal part let's play äh welches let's play also welches spiel anders gesagt so ne und den satz nochmal in die kommentare den part werde ich auf privat schalten also wer nicht aufgepasst hat der hat Pech und unter dieses video bitte in die kommentare das schreiben diese drei sachen der es gemacht hat der muss mir bitte irgendwie privat wenn er auf discord ist bitte privat auf discord schreiben wenn man irgendwie anders ähm mich privat anschreiben kann außer über handy dann hat man natürlich Glück wenn man es nicht kann schickt man bitte seine e mail adresse auf achtung auf eigene gefahr auf eigene gefahr in die kommentare auf eigene gefahr ich kann dafür nicht garantieren dass ich das sofort lese und dass ich die e mail adresse also diesen kommentar da lösche so dass es niemand lesen kann die e mail adresse oder ihr schickt den part in ein äh ihr schickt die e mail adresse mir irgendwie per youtube privat oder fragt irgendeinen youtuber ob er mir das privat schicken können oder sowas keine ahnung lasst euch das einfallen ähm wäre nur ärgerlich wenn ihr gewinnen würdet und dann ne ich schicke dann diesen code von der psf card werde ich dann per e mail per discord keine ahnung was schicken und dann werdet ihr sehen was ihr damit anstellen könnt ja es sind wirklich nur 10 euro weil im moment habe ich nicht mehr Geld daher ich wollte sagen das war's for part achtet auf diese drei sachen und bis dann ciao mit doppel au